Facebook oder Instagram ohne Werbung sollen in der EU bald 10 Euro im Monat kosten. Das berichtet das Wall Street Journal. Diesen Preis habe der Mutterkonzern Meta demnach in Vorschlägen an Regulierer genannt. Für einen weiteren verknüpften Account sollen demnach zusätzlich 6 Euro fällig werden. Auf dem Smartphone solle das Abo 13 statt 10 Euro kosten, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Meta wolle mit den kostenpflichtigen Abos auf die veränderte Datenschutzlage in Europa reagieren. Nach Gerichtsurteilen und Entscheidungen von Regulierern wird unter anderem strikter durchgesetzt, dass für die Verwendung von Daten der Nutzer zur Personalisierung der Werbung deren Erlaubnis erforderlich ist. Außerdem dürfen Daten aus verschiedenen Diensten unter dem Dach eines Konzerns nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer kombiniert werden.